Du wirst mit deinem Online-Shop bereits in Google gefunden, aber du schaffst es einfach nicht auf die vorderen Positionen 1, 2 und 3. Ich verrate dir in diesem Video, was dafür notwendig ist und was der entscheidende Hebel ist, um endlich die Top-Positionen einzunehmen. Mein Name ist Phil Posch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Posch Consulting GmbH. Wir machen Suchmaschinenoptimierung mit einem Sales-Ansatz. Das heißt, wir sitzen nicht klatschend vor Google Analytics, sondern wir sitzen klatschend an den Sales-Zahlen. Das heißt, es geht darum, wie können wir deinen Online-Shop mit Sales versorgen, mit Verkäufen maximieren und deine Zielgruppe entsprechend überzeugen, dass dein Produkt mehr verkauft wird. Und hier zeigt sich immer wieder eine ähnliche Situation bei den klassischen Online-Shop-Betreibern, die bereits in einem sechs- oder siebenstelligen Bereich Sales generieren. Und zwar das Thema Content. Content hast du bereits auf dem Schirm. Du hast es entweder mit einer In-House-Lösung so entwickelt, dass du sagst, du hast ein eigenes Redaktionsteam, was die Produkttexte schreibt, was die Kategorietexte schreibt. Im besten Fall auch das ganze Thema interne Verlinkungen bereits berücksichtigt. Oder du hast eben eine externe Agentur, vielleicht sogar eine SEO-Agentur, die dich in diesem Bereich betreut. Du weißt also, dass Content entscheidend ist. Und wahrscheinlich hast du auch schon die Qualitätsunterschiede kennengelernt zwischen KI-generiertem Content, der einfach irgendwie zusammengewürfelt wird, und auch den Suchmaschinen-optimierten Inhalten von einem Redakteur, einem Journalisten, einer SEO-Agentur, wie auch immer. Was ist aber jetzt der Unterschied zwischen denjenigen, die es schaffen, Position 1, 2 und 3 für sich in Anspruch zu nehmen und warum du auf den hinteren Positionen festhängst? In der Regel sind das die Backlinks. Die Backlinks, die einfach Google das Vertrauenssignal geben, den Beweis geben, dass dein Inhalt entscheidend ist, dass er wichtig ist und dass er auch Reputation verdient hat. Und genau das ist das, was du ja im echten Leben auch machst. Also wenn du dich auf die Suche begibst nach einem Produkt, einer Dienstleistung, du landest bei irgendwem, der eine saubere Technik hat, in irgendeiner Form stimmt quasi das Auftreten. Also er hat eine gute Darstellung von sich selber, sagt auch noch die richtigen Dinge, das ist dann das Thema Content. Aber am Ende des Tages wirst du vergleichen. Also all diese Dinge, die wir nun mal machen, um Vertrauen zu gewinnen. Und gerade an dieser Stelle hat Google einfach ein System entwickelt im Laufe der Jahre und eigentlich auch schon zur Gründungszeit das Referenzierungs-Zitierungssystem, wo es einfach darum geht zu schauen, wer wird wie oft von welcher Quelle, aus welchem thematischen Umfeld, mit welcher Qualität auf seine Inhalte verlinkt. Und wenn man dieses Thema der Backlinks nicht strategisch angeht, also wir sehen hier die wildesten Sachen, dann gibt es tatsächlich Probleme, dass Google einfach sagt, okay, komm, da ist die Reputation ein bisschen stärker, da ist sie ein bisschen schlechter. So und hier gibt es natürlich auch die Experten da draußen, die sagen, ja, Backlinks darfst du nicht kaufen und Backlinks gibt es nur aus PR-Quellen, bla bla bla. Das ist totaler Quatsch. Also wenn es ums Thema Reputation geht als Unternehmer, dann musst du dieses Thema in die Hand nehmen. Und auch wenn es natürlich einen Beeinflussungsgrad darstellt, also dass du sagst, hey, ich kaufe mir irgendwo ein Stück Erwähnung ein, einen redaktionellen Beitrag. Ich sorge dafür, dass mein Unternehmen im Internet erwähnt wird, dann ist das ein Stück weit Marketing und es ist auch wichtig. Und es gibt SEO-Agenturen, die wollen dir einfach für viel Geld Schrottlinks verkaufen. Es gibt SEO-Agenturen, die sagen, dass das alles gar nicht nötig ist, aber im Hintergrund dann doch auch bei den gleichen Publishern auch Links einkaufen, wie wir es zum Beispiel auch tun. Aber am Ende des Tages entscheidet hier natürlich die Strategie. Was ist also die richtige Strategie? Die richtige Strategie ist genau das, analytisch zu betrachten und zu sagen, wer in meinem Marktumfeld hat welche Reputationsvorsprünge. Das heißt, wie sind die Backlinks aufgebaut von meinen Mitbewerbern? Gehen sie quantitativ vor, qualitativ? Aus welchen Themenumfeldern werden sie verlinkt? Gehen sie auf die einzelnen Produktseiten thematisch bezogen vor? Auf die Produkte, Kategorien, inhaltliche Dinge? Und gerade hier an dieser Stelle ist es einfach notwendig, mit den richtigen Tools zu arbeiten. Und hier haben wir einen immensen Vorsprung vielen klassischen SEO-Agenturen voraus, weil wir einfach hier sehr dezidiert reingehen. Das bedeutet, gerade im Shop-Umfeld, wo du hart umkämpfte Themen hast, wir waren jetzt im Bereich Betten, wir waren im Bereich Farbenlacke, wir sind im Bereich irgendwelcher Elektronikprodukte. Dinge, wo einfach auch viele Shops darum buhlen, die vorderen Positionen einzunehmen. Und da geht es dann darum zu sagen, ich bin der Vertrauenswürdigste für einen Algorithmus, der nach einem Reputationsumfeld schaut. Dafür machen wir die wildesten Sachen, wie zum Beispiel Toxizitätsanalysen. Ich liebe die deutsche Sprache für diesen Quatsch. Aber diese Dinge machen wir einfach, um das zu ermöglichen und zu gewährleisten. Wenn dich interessiert, wie du es schaffen kannst, mit deinem Shop endlich mehr Sales zu generieren und diesen exponentiellen Sprung zu machen, den richtigen Traffic abzubekommen, also von den hinteren Positionen auf die vorderen drei, dann melde dich unbedingt bei uns auf unserer Website www.poch-consulting.de. Dort bieten wir dir eine kostenlose Potenzialanalyse an, in der wir dir ganz konkret sagen, wo du mit deinen Backlinks stehst und auch deine Mitbewerber. Natürlich auch die ganzen Content- und Keyword-Themen, aber gerade dieser Hebel, der ist entscheidend. Ich freue mich aufs Gespräch. Bis dahin, dein Phil.